yo herzlich willkommen hier zu meinem neuen let's play cats also crash arena tobo stars wie ihr hier sehen könnt ich habe die 600 ollen edelsteine zusammen und ich kann mir endlich hier hier da die super riesen kiste holt für 600 hier was kann die erhält 24 super teile und mindestens zwei legendäre teile da habe ich die ganze zeit über drauf gespart und habe gesagt ich möchte mir die irgendwann wirklich holen und ich habe mir auch selbst gesagt ich werde so lange spielen bis ich mir die auf jeden fall holen kann jetzt habe ich sie und jetzt kann ich mir gleich noch holen erst mal werde ich jetzt kurz noch mal die kleinen kisten öffnen und danach öffnen wir gleich im endeffekt schon lieb super riesen super kiste war bin schon also ich bin ein bisschen fröhlich weil gestern habe ich gesehen dass ich das machen kann dass ich das öffnen kann also dass ich mir die holen kann dachte ich geil das mache ich jetzt aber erst erst mal die kleinen kisten so dass ein bisschen ja die vorspeise eine rückstoß klassiker ok rakete war der acht energie aber scheißegal den den baue ich ein bisschen um ein problem den bohrer ok raketenwerfer gefällt mir oh nein das paket nehmen wir nicht an weil ihr wisst ja da muss ich die aufnahme und da habe ich bin irgendwie nicht so ein rückstoß klebewalzen doppelte raketenwerfer auch nice ok und nochmal wieder zwei dazu sehr geil so und jetzt öffnen wir sie jetzt öffnen wir sie die super super riesen mega kiste da die wir jetzt alle jetzt ganz genüsslich öffnen und in aller ruhe als erstes eine pyramide auf drei mit 46 1125 und eine klinge mit 100 prozent auf brocken den euch gerade ganz schön weggeklickt das war ein doppelter raketenwerfer jemals ein schleicher 20 prozent auf reichen klebereifen mit 20 prozent auf titan wo auch nicht schlecht raketenwerfer mit 30 prozent auf klassiker nice ist halt auf jeden Fall und eine laser auf stufe 3 mit 25 prozent auf surfer der brocken mit 20 prozent auf kettensäge ein knauf mit 20 prozent auf 25 prozent auf titan 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 ohja es geht immer weiter hier der klassiker mit 20 prozent auf klumpfuß mit 31 1636 lebensenergie der klumpfuß mit 25 prozent auf schleicher die walze mit 25 prozent auf surfer der bohrer mit 25 prozent auf titan mit 20 prozent auf laser der surfer mit 10 prozent auf klinge sind immer geile teile reifen mit 25 prozent auf klassiker stachel mit 30 prozent auf den schleicher da kann man die aber schon ein bisschen schleichen überhaupt so ein lustigen ding so ne habe ich gar nicht ich habe gerade beim soundboarden gucken was lustig ist aber auch nicht okay die kettensäge die kettensäge der flitzer mit 20 prozent auf die tat jetzt kann ich natürlich auch wieder angezogen flitzen der der wird es nie aus klebeweizen mit 20 prozent auf titan geil keba mit 20 also auf 20 prozent mit pyramide der rückstoß mit 15 prozent auf klassiker jetzt kommen die 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 dings die legendären teile kommt der rückstoß und was haben wir sonst noch und noch eine vordüse wo ein panzer werkzeug das war es das war es das ist auf jeden fall eine menge was jetzt alles drin war und das war halt die die superkiste ich wollte mir sie ja unbedingt das spiel ich habe ja irgendwann glaube ich immer mal wieder in den videos gesagt dass ich mir die halt unbedingt hat erspielen wollte und jetzt habe ich sie mir sie mir halt auch er spielt ist auf jeden fall sehr nice ich gucke mal wie viele folgen ich gerade mal gebraucht habe kann mir gar nicht mal um wunderschönen rechner hier nachgucken während das noch die folge hier noch schön fleißig weiter läuft klick auch mal extra nicht so laut glück 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 10 tauschen oder hier mit cats das ist dann jetzt die folge sie zähl also ab in der 17 folge habe ich es dann geschafft mir die super riesen kiste zu holen für 600 edelschweine wunderbar das war sie jetzt bei mir 33 mehr lässt sich auch schon einiges mitbauen wollen wir jetzt hier gab es noch einen geilen laser hier auf jeden fall hier der der laser meine macht ihr zwar schon 22 habe ich immer noch ein bisschen aufgepumpt aber der ist natürlich geil also der hat aber sechs der sieben das bedeutet ich bräuchte auf jeden fall zweimal strom für den jetzt natürlich auch noch andere teile die ich jetzt noch nehmen kann natürlich auch noch auf laser auch noch 20 prozent das ist natürlich auch geil aber der hat sogar 16 er hat sogar noch mehr energie die teile sind zwar noch unten gut der hat jetzt 77 würde man es auch noch ein bisschen pimpeln halt also der 14 hat auch klinge ok da habe ich aber keine klinge oh das sind ja supergeile teile das sind ja echt richtig geile teile der hat 20 prozent auf reifen jetzt bin ich nicht so viel aber was hat der hier noch der hat auf flitze das bedeutet ich könnte ja rein in der theorie einfach mal nehmen wo war den hier der hat sogar noch 20 prozent auf laser das ist natürlich sehr geil so jetzt nehmen wir erstmal den laser wo ist er? da ist auch mein laser dazu dann noch den neuen raketenwerper 87 wo kommt das hin? ja hab ich sogar noch einen frei muss ich natürlich den raketenwerper jetzt vielleicht noch ein bisschen pimpeln das wäre aber nicht das problem irgendwie noch irgendwas anderes ist ja leider nur klassiker ok auf jeden fall noch einen schönen heber bestimmt noch eine heber ist ich weiß ja da oben wirklich ein heber gut ist oder halt einfach nur ein rückstoß oder keine ahnung einfach nur was ein bisschen halt energie bringen was haben wir hier sind lebenspunkte auch klassiker schade oder der zwei der hat ein der hat ein der hat ein der hat zwei ok auch an der haupt sache halt ein bisschen lebensenergie so jetzt können wir uns nicht noch schön seine reifen haben mit den kleinen reifen bezüglich hat ja ich das gemacht ich wollte ein obsurfer das ist ja leider ein titan also pyramid ist leider schade halt ne aber nehmen wir mal den zack und was haben wir hier als neun der hat auch titan 25 prozent da könnten wir natürlich und wir haben ja ganz hinten hier schon einen der drei ne der 16.000 wird 25 und wir können trotzdem den nehmen und nehmen dann natürlich auch noch den dann auch mehr dazu dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen mehr punkte halt jetzt können wir den hier auf jeden fall auch noch ein bisschen tunen und dieses schön einfach reinballern auch mit dazu halt ne jetzt habe ich keine münzen mehr ok mache ich auf jeden fall später nachher kann ich mir ganz viel zeit damit lassen das ist ja jetzt greifen wir erstmal mal rund an damit wir jetzt wieder in der meisterschaft bin ich auf platz 23 also es geht nur noch einmal weiter danach ist mt oder geht fängt wieder von vorne an glaube ich irgendwie so weit spannend halt na gut das machen wir halt nur noch und joo hau sie weg hau sie alle 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 weg und lass dich jetzt umkippen lass dich umkippen hau sie alle weg hau sie alle weg oh hätte ich vielleicht auch nicht hier ranmachen können Ich kann den Sachen nochmal gucken. Jo. Badaboom. Oh. Badaboom. 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 Hau sie alle weg. Hau sie alle weg. Hau. Oh. Ich mag diesen Rückstoß irgendwie nicht. Oh. Ja. Hau sie alle weg. Lass dich weghauen. Ich hab da ein bisschen viel Rums. Ja, da muss ich noch ein bisschen bauen. Muss ich noch ein bisschen tunen. Dafür habe ich aber noch ganz, ganz viele Teile, die ich so machen kann. Hau sie alle weg. Stoß ihn weg. Der stoß mich leid. Oh, doch nicht weg. Hau sie alle weg. Hau sie alle weg. Okay. Wieder zu acht gewonnen. Oh, dann wäre ich auf vier. Wie lange geht das Teil noch? Ach nee, das glaube ich, das geht noch. Ja. 36 Stunden. Also, na gut. Da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, das noch ein bisschen rumzutunen und so weiter halt. Okay, das war meine Folge mit der, ich zeig sie hier nochmal, der super riesen Kiste. Übrigens, wir haben da gerade, also ich habe das ja erspielt, die 600, das bedeutet, ja gut, hier sieht das schon, 600 für bezüglich 11 Euro. Ich habe gerade 11 Euro innerhalb von 17 Let's Plays erspielt und habe das gerade mal alles nochmal wieder aufgegeben. Aber gut, ich hätte das Geld, also quasi, es wäre einfach nur das Wert, für das ich es kaufen könnte, aber es gibt ja keinen Wechselkurs, mit dem ich wieder zurückkaufen könnte. Von daher, also bezüglich wieder zurücktauschen könnte. Von daher habe ich halt mir selbst halt quasi halt, das erspielt halt einfach, anstelle es mir halt zu kaufen. Weil ich ja eh gesagt habe, ich gebe kein Geld in diesem Spiel aus. Ganz einfach, klare Sache. Das ist ja ein Free-to-Play-Spiel. Also, es geht, ihr könnt euch auf jeden Fall, wenn ihr längere Zeit ein bisschen aktiver spielt, könnt ihr euch auf jeden Fall auch irgendwann so eine super riesen Kiste auch selbst einfach mal leisten. Yay. So. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Es ist super geiles Wetter halt hier. Also jetzt, äh, gut, ich nehme jetzt gerade am Dienstag auf. Ich lade die Folge natürlich am Mittwoch hoch, weil, äh, heute am Dienstag kommt dann eine Amp, also eine Good Cup Empire-Folge. Äh, ich glaube am Mittwoch soll es nicht so warm sein, aber halt jetzt muss ich jetzt. Mutagdienstag, aber auf jeden Fall richtig warmes Wetter. Von daher genießt das Wetter, geht ein bisschen raus, geht an den Baggersee oder macht irgendwas anderes, aber halt, äh, ja. Zockt einfach nicht so viel oder nimmt das Handy mit zum Zocken. Yo. Äh, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich sag mal bis zum nächsten Mal, sagt der Ektowolle. Ciao.